Wir sind schon bei der letzten Aufgabe des ersten Teils. Wir sollen ein einfaches lineares Gleichungssystem lösen. Also wir haben zwei Geraden G und H gegeben als Gleichungssystem und wir sollen den Schnittpunkt der Geraden angeben, also dieses Gleichungssystem hier lösen. Na ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe das Gleichungssystem hier nochmal abgeschrieben. x plus y ist gleich 7, minus x minus 3y ist gleich minus 1 und ich löse das mal mit der Additionsmethode. Da brauche ich gar nichts machen, ich kann die beiden Zeilen gleich addieren. x minus x fällt weg, genau das soll ja bei der Additionsmethode passieren, dass das wegfällt. Dann habe ich plus 1y minus 3y ergibt insgesamt minus 2y und das Ganze ist gleich 7 minus 1 ist 6. Ja und wenn ich das Ganze jetzt durch minus 2 dividiere, habe ich y ist gleich 6 dividiert durch minus 2 ist minus 3. Also ich habe meinen y-Wert schon und wie komme ich auf meinen x-Wert näher? Ich kann in irgendeine Gleichung statt y minus 3 einsetzen, also nehme ich vielleicht hier die obere Gleichung. So, schauen wir uns das mal an. x plus y ist gleich 7 und ich setze jetzt statt y minus 3 ein. So, dann habe ich x minus 3 ist gleich 7. Ich bringe die minus 3 auf die andere Seite, heißt dann x ist gleich 10. Ja und meine Lösung lautet der Schnittpunkt, ich kann ihn ja nennen, wie ich will. Der Schnittpunkt S hat die x-Koordinate 10 und die y-Koordinate, wo war sie nochmal hier, minus 3. Und ich bin wieder mal fertig mit dem Beispiel. Sehr gut.